Mein schönster Kinomoment, ehrlich gesagt, Jurassic Park, als die Pfütze bebte, weil in der Ferne der Saurier auftrat. Glaseffekt. Fand ich genial. Wenn, dann Popcorn und die kleine Tüte, bitte schön. Am liebsten gehe ich eigentlich zu zweit ins Kino. Dann habe ich jemanden, bei dem ich mich festhalten kann, wenn es traurig wird oder wenn es schreckhaft wird. Synchron. Bei mir geht viel über Sprache. Reise der Verdammten ist einer der Filme, die bei mir die nachhaltigste Wirkung hinterlassen haben. Oskar Werners schauspielerische Leistung und er war schwarz-weiß. Den kann ich nur jedem empfehlen. Auf Wiedersehen!